Hier auf der rechten Seite steht ein heißes Auto. Das Auto ist zugewachsen hier mit Dornen. Das heißt, ich hoffe, dass es jetzt offen ist. Irgendwo muss ich hier in der Einwand sein. Kein Kindergarten hier? Da hätte ich schon Orientierung gefragt. Das kann sein, wo es dann zum anderen Eingang geht. Das habe ich auch schon mal gesehen, dass dann tatsächlich hier eine Treppe ist, die dann zum Werk runter führt. Und von dem einen Eingang zum anderen geht. Hier auf der Seite, wo wir gerade oben standen. Bingo! Bingo! Ja, wenn der Frank Bingo sagt, dann wisst ihr, was das heißt. Open! Oh ja! Wer strahlt da? Ja Leute, wir gehen jetzt rein und holen unser Equipment. Und das Werk, das ist knapp zwei Kilometer lang. Da werden wir jetzt mal gucken, was wir da drin so alles zu sehen bekommen. Okay, tüss Welt erstmal. Wir sehen uns in der Dunkelheit. Jetzt wird es spannend. Also, der Eingang, Munitionseingang. Hier sind die Schienen. Hier sind die Schienen. Das Haupttor. So, und wenn wir uns daran erinnern. Wir haben gerade, wir haben gerade oben auf dem Werk einen riesengroßen Dom gesehen. So, jetzt gucken wir mal eben, wo es nach oben geht. Also, hier ist ein Wassertank. Hier ist eine Tür, die nach, ja, die kriegt man nicht auf. Und hier ist auch Technik drin. So, hier sind wir quasi ganz oben im Dom. Das ist die Kugel, die wir oben gesehen haben. Das ist eine dicke, fette Kette. Ja, wo praktisch der Schießstand hier hochgefahren wurde. Ja, und da oben dann dementsprechend rechts oder links rausgeführt wurde. Also, hier oben sind jetzt gerade Käusche hochgekommen. Hallo, ist da wer? Alter, ein Vogel. Das war ein Vogel. Ein Vogel und eine Fledermaus. Ja, ist egal. Ja, gut, hier geht es jetzt nicht weiter, aber das... Oh, Alter, da habe ich mich jetzt erschrocken. Ui, 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 ui. Ja, gut, jetzt wissen wir, was es gewesen ist. Jetzt kommen wir wieder hoch, weil hier geht es offensichtlich nicht weiter. Hier hängt eine Heizung. Hier sind irgendwelche, ja, ich weiß nicht, ob hier eine kleine Stube gewesen ist. Und da hinten, ob es dann noch weiter geht, kann ich euch jetzt nicht sagen. Und das sind jetzt im Endeffekt, das ist die Feuerstellung. Das ist praktisch zu dem Haupteingang, wo hier, jetzt kann man noch alles verschieben. Das ist natürlich ein bisschen schwer, wo man es auf und zu schieben konnte. Und dementsprechend das Loch zu versperren. Versperren. Ja, und hier kam sie im Gehreim. So. Jetzt wollen wir mal den langen Gang entlang gehen. Oh ja. Ja, das ist, genau, das ist ja hier ein Werk mit einem Schrägschacht. Das heißt, mit dieser Maschinerie sind die Wagen mit der Munition hoch und runter gezogen worden. Das dicke Tau, das ist ungefähr, na, 4-5 cm im Durchmesser. Also, wir wirft da hinten über die Rolle und dann geht es sehr wahrscheinlich gleich schräg runter. Ja, und der Rest hier, das sind die auseinandergenommenen Motorenteile, Schaltschrank etc. Richtig, genau, also hier kommt das Saal raus. Das ist zwar jetzt nach hier hin gezogen worden, warum weiß ich jetzt im Moment nicht. Aber, ist ja Quatsch. Ich gehe mal davon aus, wenn wir jetzt hier weiter fahren, weil hier ist die Fahrspur. Das ist da hinten, da hinten wo man jetzt schon das schwarze Loch sieht. Mal eben ein bisschen Lichter machen. Da geht es dann Schrägschacht runter. Ja, und überall sind da natürlich solche Verteidigungsöffnungen. Das heißt, hier hinter ist letztendlich auch ein Schutze gewesen, der dann das Tor hier im Notfall verteidigt hat. Sollte der Feind hier reinkommen, dann konnte er von da aus nochmal geschossen werden. Dann gehen wir nochmal kurz hier rein. Ja, da ist praktisch das gleiche System mit diesem Schieber, mit diesem kleinen Schieber-Metallteil. Da kann man das noch zu machen. Ja, und hier stand dann derjenige und hat, ob das hier zum Tragen gekommen ist, das weiß man nicht, aber im Notfall wäre das die letzte Verteidigung gewesen. Jetzt hier, jede Menge Elektrik, Schaltschränke, die Beleuchtung oder was auch immer gesteuert haben. Ja, hier ist das letzte Shot, was dann zugezogen werden konnte. Das ist eine dicke, fette Eisentür, zwei Zentimeter Stahl. Und dahinten nochmal der letzte Blick zu unserem Eingangsbereich. Wir gehen jetzt hier den Schrägstollen runter. Ich weiß nicht wie weit der ist, da unten scheint ein kleiner Absatz zu sein. Aber das sind jetzt mal schätzungsweise 40 Meter. Da hinten geht es wieder rauf, so wie es aussieht. Ja, ich bin mal gespannt. Ja, hier sieht man übrigens schön, wo die Stahlsäle rüber gelaufen sind. Rechts und links sind die Schienen. Da auf der rechten Seite ist eine Treppe. Die könnte ich übrigens auch nehmen, weil das bestimmt bequemer ist. Ja, und hier überall sind die Stahlsäle rüber gelaufen. Und das hier, das sind Holzbalken. So ist das praktisch damals hier runter bzw. hoch gefördert worden. Richtig, wir sind jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt schon die untere Ebene ist. Dann sind wir jetzt schätzungsweise, keine Ahnung, was ist das hier für eine Höhe? 15, 20 Meter, vielleicht auch mehr. Ja, so in der Regel sind es 40 Meter. Aber sind das hier diese Wagen mit den Munitionstransportkästen. Die wurden dann rechts und links zugemacht, damit nichts rausfällt. So, und hier kann dann letztendlich die, ja, die Munition rein mit dem entsprechenden Kaliber. Hier stehen überall die Munitionskisten, auch die Wagen rum. Da vorne steht noch was, da steht einer. Natürlich auch hier normalen Müll, das sind irgendwelche Boller-Wägelchen. Ja, hier oben unter der Decke, ich weiß gar nicht, da sind solche, wie so Stromabnehmer. Guck mal, vielleicht waren auch Lampen dran, keine Ahnung. Hier diese Teile. Da auch. Da ist zum Beispiel jetzt auch, ja, ein Drei dran. Das scheint tatsächlich die Oberleitung gewesen zu sein, die hier entlang geführt hat. Das heißt, vielleicht geht das hier sogar weiter mit Oberleitung, als von den Kabeldieben. Ja, und ich behaupte mal ganz einfach, dass wir hier schon bei dem ersten Gefechtstürm sind. Ich will mal irgendwie um den Kurven gucken. Ach ne, das ist im Endeffekt nochmal die zweite Sicherung. Sprich, wenn bis hierhin der Feind durchgekommen wäre, hätte man hier nochmal abwehren können. Und hier haben wir nochmal so eine richtig schöne alte Holzkiste, wo bestimmt mal eine Mission drin gewesen ist. Heftig. Da geht der Schacht hoch. Da gehen wir jetzt aber nicht rein, ich weiß nicht, wo der hinführt. Wir sind jetzt, ich weiß nicht, vielleicht 300 Meter drin. Wie gesagt, 1,7 Kilometer ist es. Hier ist die erste Abzweigung. Geradeaus? Okay. Da ist eine Sackgasse. Das wird dann, ja, das kann vielleicht auch so ein Wartungsstand für die Wagen hier gewesen sein, für die Loks. Und da hinten geht es dann tatsächlich auch nochmal durch so einen Schacht quer durch, möglicherweise. Also hier ist bestimmt so ein bisschen tief drin. Wenn man da jetzt reinfällt, da sind Treppen, das sieht man noch durchs Wasser. Und dann konnte man von unten dementsprechend reparieren. Und es kann durchaus sein, dass dieser Gang zum Personeneingang führt. Das weiß ich jetzt nicht. Aber das ist durchaus möglich. Hier hört man nichts. Aber da hinten, irgendwo trofft das. So, jetzt kann es sein, dass hier so eine Art Kaserne ist. Wir gehen mal hier rein. Hier ist übrigens ein Teil von der Lohre, von der richtigen Lohre. Was das natürlich jetzt so machen, weiß ich nicht. Wir gucken mal kurz hier. Hier steht ein alter Tisch. Wo vielleicht einen Plan drauf gelegen hat, Lüftung. Raum 46. Raum 46. Vielleicht irgendwelche Arbeitsräume. Auf jeden Fall noch kein Teil der Kaserne. Hier ist ein Podest. Aus Holz. Raum auf Holz, weiß ich nicht. Raum 74. Das gleiche. Ja, vielleicht sind das irgendwelche Teststände gewesen. Vielleicht auch Lagerflächen für irgendwas. Hier ist ein Schaltschrank. und kleiner. Wieder zurück auf dem Hauptgang. Ja, wir werden heute in dieses schwarze Loch gehen. Das unendliche. In das unendliche, lange Loch. Was nimmer endet. Ja, wenn wir jetzt mal hier, ich weiß nicht, ob man das über uns vorsehen kann. Hier sind überall kleine Wassertröpfchen. Die hier an den Winden hängen und an der Decke. Hier auch. Oben an den Rohren. Und wieder zurück zum Hauptgang. Ja, da wollen wir mal gucken, ob hier so eine Art Verschiebebahnhof kommt. Es ging ja bis jetzt eingleisig weiter. Ja, und hier teilt sich das Gleis. Hier ist eine Sitzbank. Ja, wo sich die Leute, die Soldaten ausruhen konnten, die hier vielleicht die Lohren transportiert haben. Vielleicht sind sogar die Soldaten hier auf dem Wagen transportiert worden. Das kann natürlich auch sein. Ja, Autoteil. So, und dann geht es jetzt hier zweimal geradeaus. Und einmal geht es hier rechts rum. Genau. Genau. Und da ist noch mal was drüber gemohnt worden. Ja, warum? Das ist dieser Raum hier. Weiß keiner so genau. Vielleicht war dieser... Ich gehe mal davon aus, da steht M1. Das hier der erste Gefechtsturm ist. Ich würde mal sagen, wir gehen mal wieder ein. Was hältst du davon? So, Gefechtsturm heißt, wir müssen jetzt unsere Treppen steigen. Hier musste... Ne, das ist noch was anderes, denke ich mal. Hier sind jetzt praktisch wieder die Schienen. Die vorne ja durch dieses neue Teilchen, durch diesen Raum, wo ich jetzt reingehe, praktisch übermauert worden sind. Ja, was ist das hier für ein Raum? Vielleicht eine Art... Pausenraum mit Heizung drin. Hier oben konnte man was aufhängen. Schaltkasten. Ja, bis hierhin haben dann die Schienen geführt. Dann ist jetzt die Frage, wie ging es mit der Munition weiter. Wir gehen jetzt mal hier die Schräge hoch. Das kann durchaus sein, dass hier per Hand dann weiter transportiert werden musste, was ich mir jetzt schwer vorstellen kann. In anderen Werken habe ich gesehen, dass das wirklich alles mit Kran und Hasse nicht gesehen passiert ist. Wir haben überall kleine Räume. Aufenthaltsräume, vielleicht auch Schlafräume. Weil die Soldaten mussten sich ja auch abwechseln. Ich denke mal, dass sie im Schichtbetrieb auch gearbeitet haben. Ja und hier, so nah wie möglich an der Front, ihre Aufenthaltsräume hatten. Ist eine Vermutung, könnte aber sein. Vielleicht ist das dann tatsächlich hier sowas wie die Kaserne. Da müssten wir eigentlich jetzt noch ein paar... Was steht denn da oben? Combat, Intelligence, Division. Ja, ist durchaus möglich. Was hier vielleicht auch so eine Art Leitstand gewesen ist. Aha. Hier ist auch alles so ein bisschen gedämmt. Und hier hängen irgendwelche Tafeln, auf denen irgendwas geschrieben worden ist. Da. Sign, File, AOB, Activity, Strike, Status. Also hier wurde irgendwas verzeichnet. Von den ganzen Kampfhandlungen, die dann sehr wahrscheinlich hier durchgeführt worden sind. Hier ist nochmal ein kleiner, ja, Schulungsraum, was auch immer. Ja, crazy Raum hier. Also wir befinden uns jetzt, haben wir gerade festgestellt, wir haben auch schon ein paar Toiletten gesehen. Sanitärräume tatsächlich in den Kaserne. Ich behaupte jetzt mal, dass hier auf der rechten Seite... Ne, das sind alles kleine, kleine Räume. Okay, wir gehen jetzt mal den ersten Gang jetzt weiter durch. Und schauen wir mal, ob wir hier zum Gefechtstum kommen. So, jetzt sind wir hier nochmal in einem, ich weiß nicht, nimmerendenden Rundengang. Alles gedämmt, rechts und links. Teilweise ist natürlich die Dämmrolle schon abgefallen. Und das Ganze, das endet. Ne, endet nicht. Da geht es tatsächlich nicht weiter. Hier sind rechts und links kleine Räume. Mit einer Werkbank. Hier ist nochmal ein Raum. Die sehen natürlich alle so ein bisschen verwüstet aus, weil das ganze Gedöns hier runtergefallen ist. Deswegen sieht das hier ein bisschen unordentlich aus. Genau. Auch Schalt einhalten. Alles jetzt halt echt. Transformatoren. Pass halt. Nichts. Die- Die Die Das ist nicht so gut. da vorne müsste wieder der Hauptgang sein ja, da sind die Lichtdruckmater fett Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das gerade aufkann, aber wir sind hier nochmal von einer richtig dicken fetten Fluktur, die ist bestimmt 30 cm dick, unten mit dem Haken gesichert, Anschlagpuffer in der Mitte da oben, mit dem Dau gesichert. Und wenn es dann bis hier hin geht, dann fällt die Tür zu und dann können zumindest die ganzen Gefechtsstände hinten nicht mehr angegriffen werden. Das sind die dicken Verriegelungen. Naja, mit neuen Massen, hier ist auch alles feucht. Also wir sind jetzt gerade am Rätseln. Wir haben jetzt wieder hier ein paar Leute dritten gefunden, sind mal rechts hier reingegangen. Hier geht es auch lang durch, aber um zum Gefechtsturm zu kommen, müssen hier Ski liegen. Aber wie sollten die sonst die Munition da hinkriegen? Es sei denn, es ist ein kleiner Gefechtsturm und die haben nur MG stehen da. Wir gehen erstmal... Ja, sollen wir einmal durchgehen? Okay. So, wir stehen jetzt hier vor dieser gefickten Tafel. Wer sowas beschmiert, weiß ich nicht, der hat nicht alle Tassen im Schrank, aber egal. Wenn man erstmal guckt, da ist im Endeffekt das Gelbe, also das Blaue ist Wasser. Das heißt, da oben ist die, was ist das? Die Nordsee, genau. Da haben wir zum Beispiel Oldenburg, Hamburg, also alle großen Städte sind hier praktisch drauf verzeichnet. Berlin, da hinten ist Bosen, dann haben wir hier Leipzig, heute unten werden wir sie wahrscheinlich. Salzburg haben, Fürstenburg, Zürich. Also da ist praktisch so ein gewisses Quartal des Globuses unterteilt in den Koordinaten. Du hast so gut das so gefunden. Wo sind wir? Wo sind wir dann ungefähr? Wir müssen hier in dem Bereich sein. Wo sind wir hier? Ja, in dem Bereich. Also, HG, HH und GH in dem Bereich. Das sind unsere Koordinaten gewesen im Falle eines Krieges. Das ist sehr interessant. Ja, hier sind wir, ich weiß gar nicht, ob das hier so eine Art vielleicht mal eine Küche gewesen ist, so eine Durchhandküche, aber ohne Wasser, ohne Strom. Halt nur gefließt. Keine Ahnung. Duschen auch nicht. Hier rechts und links sind Toilettensickergruben. Hier können wir vielleicht mal reingucken. Das ist kaputtgekloppt. So, normale Klos, so wie ihr sie kennen. Tja, einige haben natürlich ihr Geschäft rumverlichtet, aber ok. Ja, oben aus Eisen ein Wasserverhältnis an der Kette ziehen und dann ist das Geschäft erledigt. Ja, ich stehe jetzt gerade vor einem riesengroßen Wassertank. Weiß ich nicht, drei Meter hoch. Und da hinten mal locker. Ja, acht bis zehn Meter. Und tief ist das Ding ungefähr drei, vier Meter tief. Passt schon ordentlich was rein. Gut, Frank will auch mal gucken. Die Schildeinheiten. Dann tauschen wir mal die Plätze. Ja, Leute. Hier ist nochmal eine kleine Verbreiterung und was mir aufgefallen ist. Opsala, nicht so hell. Hier oben, das ist ein Kunststoffentealitkanal. Kunststoff, der ist mal nachträglich hier reingesetzt worden. Für eine Kabelverlegung. Wir haben gerade jetzt hier gesehen. Ist auch vielleicht wieder so eine Art Bahnhof, wo man die Sitze, da diese Bänke hochklappen kann. Wenn man sie nicht gebraucht hat, hat man sie hochgeklappt. Platz zum Laufen. Ja, hier geht es dann wieder eingleisig. Und weiter geradeaus. Ja, was immer das jetzt hier heißt. Station B. Chauffage. Wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Was kann nun das gewesen sein? Eine Heizung? So eine Art Heizung? Ja, dann heißt es, sehr wahrscheinlich, zu Deutsch auch, dass das hier eine Art Wasser ist. Das ist eine deutsche Schrift. Da heißt im Kessel kein kaltes Wasser anzulassen. Ja, dann heißt es, sehr wahrscheinlich, zu Deutsch auch, dass das hier eine Art Wasser Halsanlage ist. Das ist schon wieder das Beste. Ja. So. Wir sind jetzt mal den ersten Abzweig zu einem Gefechtsstand gegangen. Hier sind wieder diese obligatorischen Trenntüren. Filteranlagen. Ja, aber jetzt stellt sich die Frage. Hier ist ein Bett. Hier ist ein Tisch. Nachtschicht. Hier ist ein bisschen wie eine Schiene. Also irgendwie musste die Munition hoch. Das heißt, sie ist dann hier im Aufzug gepackt worden. Und dann nach oben transportiert. Und hier seitlich geht es jetzt die Treppe hoch. Maximal 40 Meter bis oben unter dem Geschützturm. Und dann gehen wir gleich hoch. Ja gut. Jetzt gehen wir das erste Mal die Treppen rauf und wieder runter. Hier. Ja. Ich sag mal, ich glaube nur, wer da schon ausgeliehen ist. Hier gibt es übrigens, das fällt mir gerade auf. Es sei denn, das ist hier drin. Die Patronnutscher. Okay, das glaube ich. Ja. 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 Ja.